Flak niedrig bei dem Bodenziel, besser noch mehr, also bei der Stadt. Oh, ja, da ist eine Plenny, ganz tief, gehe ich an. Die hat jetzt gerade gebombt. Wirft anscheinend nochmal ab. Ah, ich seh grad fast nicht durch den Smog hier. Oh, ist drin. Okay, ich hab halt hier eine auf 65, auch bei Dora immer noch. Der kurft jetzt hier rum. Oh, ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Maschinen. Äh, wow, okay, davon ziehen jetzt vier mittlerweile Condens. Bei Manskate, oder was? Äh, bei Deal eher. Speedy draufgegeben. Speedy geht jetzt unter Condens, ich stütze hier nach. Ja, ich komm über Dover nach Deal. Hab ja auch keine Sicht auf irgendwie irgendwas. Noch mehr Treffer versetzt, geh jetzt weiter durch. Wobei, ne, ich glaub, ich seh da was. Ja, Feindmaschine. Ja, Feindmaschine. Drück grad drauf an, der ist recht lahm unterwegs. Oh, der hat kassiert. Oh, der hat kassiert. Hä? Hm? Äh, hinter dir kommt eine ran. Vorsicht, nicht hochsteigen, nicht so hochsteigen. Ähm, ja, zieh, klar. Würde helfen, wenn ich die sehe. Ist auf deiner, äh, niedrigeren 6. Äh, niedrigeren 6. Ach, da, ja, den seh ich. Ja, okay. Ja, zieh einfach. Der kommt dir aber eh nicht hinterher, der hat nicht die Energie. Ja, ja, cool. Ich drück jetzt an auf ihn. Ja. Hat abgebrochen. Ja, danke. Aufgegeben auf den Flügel. Oh, der trudelt. Hier ist wieder Platz gefangen. Okay, voll vorbei. Cool. Ah, ja, jetzt seh ich die. Oh, da hinter ist ein Jäger, hinter mir. Ähm, ich seh dich und die Plenny, aber Jäger seh ich keinen. Feindjäger, glaub ich. Jetzt über Doverhaven. Ich geh mal auf die Plenny. Ich seh keinen Feindjäger. Ich drück grad auf die Plenny an. Ja. Heck up. Er hat's nur noch nicht gemerkt. Wie lang fliegt der grad aus, ey? Ah, hinter dir kommen zwei Kontakte rein. Äh, ne 109 und ne Spit. Jetzt seh ich die. Äh, 109 stützt auf die Spit. Also wenn du weiter grad ausziehst, kommt der sicher nicht ran. Ah, was macht die 109? 109 hat anscheinend Treffer gesetzt. Das Spit hat was. Ja, äh, ich bin die 109. Ach so. Ja. Ich hab gedacht, du bist jetzt grad auf die Plenny nochmal reingestürzt. Ne, ne, ähm, ne. 109 ist, oh, der ist grad abgesprungen. German Wolf, na toll. Ja, cool. Egal, ähm. Bit drückt an. Ja. Ich bin auf, ich geh mal auf den in der Rolf. Äh, ich geh auf den, der jetzt hochzieht. Ja, Lisa. Ja. Okay. Komm jetzt grad rein, hinten. Macht ne Victory Roll. Der hat keinen Motor mehr, glaub ich. Ja, Motorhaube fehlt. Ah, du gehst auf den anderen, sehr schön. Na, war nicht so geil. Okay, ich komm zu euch. Meiner drückt an. Kommt ein hoher. Bist du wieder hoch? Ähm, definiere hoch. Also ich bin etwas höher als ihr. 6,6 oder so? Ja, 5,5. Ja, okay. Dann, ihr kommst mir jetzt gleich head-on entgegen. Ich drück jetzt auf die Speed runter. Ah, nein, nicht head-on. Äh, ich bin auf dem Heck. Ja. Ja, ich seh ihn. Bleib oben. Äh. Ah, wird nix. Äh, scheiße. Ich geh nochmal rein. Ah, ja, okay. What? Abschuss. What? Ich hab kühle, was hast du denn da schon vorüber? Ich hab nur eine Exxon gesehen. Der ist irgendwie unter mir head-on gegangen, hat sich in mich reingezogen. Was machst du, Junge? Der, der ist in mich reingezogen, ja? Ich hoffe, wie wohlfällig. Mach ihn weg, Junge. Ja, hab ich. Ja, ich hab die Experimental 30mm, keine Ahnung, musst du wissen. Der Evaporator. Ja, genau. Musst dich jetzt umbenennen auf YouTube. Mhm. Ja. Müssen wir doch mal kurz die Aufnahme angucken, ja? Von deinem Rammstoß, oder was? Ähm, von meinem Abschuss, richtig. Wenn das Kind beim Namen. So, Alter. Sie nannten ihn sch- Eiserne Stirn. Ja. Ja, ist stark auf jeden Fall. Ja, ich bin schon ein bisschen stolz auf dich. Weiter drückt an. Gott. Okay, mir geht langsam der Sprit raus, das heißt, ich werde hier einmal auf einen niedrig fliehenden bei Catterberry draufgehen. Mein Glück versuchen, dann ziehe ich mich über die raus und werde mich dann nach Hause verpissen. Ja, okay. Sei bloß vorsichtig mit den Jungs da. Ja, ich werde mich tief rausziehen, die sollten mich dann eigentlich nicht sehen. Okay. Ja, ich bin ja dann eh noch oben. Ich habe hier eine Feindmaschine, die von Catterberry gerade Richtung Manston-Rams geht, die ist. Okay. Die stütze ich mal an. Die sieht mich hoffentlich nicht. Was eigentlich dieses Wengel hier fällt, hier bei Catterberry? Das ist doch das Flugfeld selbst. Canterberry? Ja. Okay. Pilotkill. Canterberry ist einfach nur ein einzelner langgezogener Streifen. Ja, okay. Okay, ich verpiss mich hier. Ja. Harry ist aufgeschlagen. Ich habe Sicht auf dich verloren. Ich bin in der Rolf jetzt. Der Typ scheint nach Calais anzudrücken, oder? Äh, ja. Ja. Ja, der unterfliegt mich gleich. Ach, du bist da oben schon, ne? Ja, ich bin auf seiner 1 Uhr hoch. Okay. Ja, der unterfliegt mich jetzt gleich, dann kann ich gleich auf ihn draufstürzen. Ich glaube, der geht auf mich. Ja, ich habe noch immer keine Sicht auf dich, leider. Ja, der geht auf mich, und der kommt so hoch an. Ja, ja, ich stürze jetzt rein. Der MG3 war, glaube ich. Aber der hat mich leider im letzten Moment auch wieder gesehen. Oh, schön. Schöne Treffer. War... Ich gehe wieder rein. Wie, Freestyle, aber gut. Der andere scheint weg zu sein. Äh, sein Fahrwerk kommt raus. Ja, cool. Ja, der andere hat sich verpisst. Ich sehe ihn noch gar nicht mehr. Der hier wird auch versuchen abzuhauen. Ja, er drückt an. Ne, kriege ich aber locker. Dick Überhöhung. Bericht. Ich komme hinter dir rein, also kann man gleich draufgehen, wenn er versucht, irgendwelche fancy Moves zu machen. Ja, okay, wir geht jetzt auch. Okay, draufgegeben. Hat sich im Wasser kühlgeschottet. Ah, fuck. Gute Treffer. Echt? Ui. Ja, ich habe auf jeden Fall zwei schwarze Wölkchen gesehen bei dir. Ah, okay. Ja, war unter meiner Haube. Ich gehe wieder vertikal und gleich runter. Kühl ab. Oh, schön. Sehr schön. Ja, ja, dann ab nach Hause. Ich würde checken, dass die anderen nicht kommen, aber sieht gut aus. Oh, 20 Liter. Ja, ab nach Hause. Ich gehe auch mal in den Anflug hier. Ah, ich sehe nicht, wie wir gerade landen. Bleib mal links, wenn es geht. Was ist das? Was ist das? Was ist das?